Das ist die Lampe. Nein, ich will die Lampe anmachen. So, äh... Draußen ist ja lustigerweise heller. Ich hoffe mal, der Wolf ist jetzt weg. Eine Stunde geschlafen haben wir. War hier eigentlich noch was? Nö. Okay. So, Lagerbüro verlassen. Ich hoffe, der wartet da jetzt nicht auf uns. Geil. Okay, dann machen wir Plan C. Wir laufen einfach bis ganz ans andere Ende. Und laufen erst dann in den Wald rein, am Weg entlang. Ich bin zu früh links abgebogen, glaube ich. Ähm, also hier abgebogen, da in den... Ja, in das Wäldchen rein. Wir laufen einfach weiter hier entlang. Das sollte hoffentlich besser funktionieren. Dass wir keinen Wolf über den Weg laufen. Willst du mich trollen? Du, das ist Mistvieh. Wo ist der? Ach, komm. Leck mich. Ich hasse es. Wie die Pest. Gibt's noch einen anderen Weg zur Jägerhütte? Ich glaube, da oben rum könnte ich noch laufen, ne? Ich glaube, es wird halt langsam dunkel. Das ist ein Problem. Hm. Was mache ich jetzt da? Ähm. Wie schaut's aus? Ich könnte Kondensmilch hier noch nehmen. Äh. Das ist übrigens schön. Gesüßte, dickflüssige Milch in Dosen. Hält ewig. Hat aber trotzdem 74% noch Haltbarkeit. Aha. Ich würde jetzt einfach mal. Einfach nur, damit wir das noch im Magen haben. So. Dann verhungern wir mal schon mal erstmal nicht. So. Das Problem ist jetzt aber. Wie komme ich an diesem blöden Wolf vorbei? Ich will den ehrlich gesagt nicht töten. Toll. Der hat die ganze Zeit da gewartet einfach. Äh. Ja. Schön. Nehmen wir ein Licht daneben, weil sonst finde ich meinen Weg hier nicht raus. So. Wie komme ich jetzt am dümmsten wieder zur Jagdhütte hinter? Ohne, dass ich jetzt diesen blöden Wolf abknallen muss. So. Ach komm, schlafen wir mal. Schlafen wir sechs Stunden einfach. Bisschen eh müde. Vielleicht zieht er da weiter. Gucken wir mal. So. Wie schaut's aus? Aha. Moment, machen wir mal warten. Warten wir mal zwei Stunden. Wie geht das? Das haut einigermaßen hin. Sonst schlafen wir drei Stunden. So. Hoffen wir mal, dass in den Morgenstunden der Wolf dann weg ist. So. Einmal anmachen, sonst finde ich den Weg hier raus nicht mehr. Es ist sehr finster. Also, jetzt haben wir wirklich sehr viel Zeit verbraten. Ich hoffe mal sehr, dass der Wolf jetzt ganz, 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 ganz weit weg ist. Und es nicht einfach sein Bewegungsschema ist. So. Zack. Okay. Achso. Übrigens Durst. Ich wollte es nochmal erwähnen. So. Jetzt geht es nicht mehr. Jetzt geht es uns gut. Temperaturtechnisch ist es sehr kalt, aber das kriegen wir auch noch hin. Jetzt hoffe ich nur, dass der blöde Wolf da hinten... Ich hoffe echt, dass das nicht so eine Standardpatrouille von dem ist, dass der da immer lang läuft. Weil dann ist das ätzend. Ich hoffe mal, dass... Ja. Ich hoffe mal, dass der morgens wenigstens dann... eine andere Route läuft. Das wäre sehr schön. Vielleicht mache ich auch zu viel Krach. Ich weiß es nicht. Das ist tatsächlich der einzige Punkt, der mich ein ganz kleines bisschen... an diesem Spiel stört. Das ist wirklich nur... Toll, da oben ist er. Da unten ist nämlich auch noch einer. Also das ist der Standardding, jetzt. Die sind da immer. Also egal wann... Die sind immer da. Na gut, zu wissen. Ja, was wollte ich sagen? Das ist der einzige Punkt, der mich wirklich in diesem Spiel stört. dass du... Egal, wo du hingehst, es immer sauviele Wölfe einfach gibt. Das ist so nervig. Und das stört mich wirklich. So. Weil du hast einfach dann... ab einem gewissen Punkt, nämlich in dem Spiel, kannst du nämlich... gewisserweise nur noch verlieren, weil da halt alles voller Wölfe ist. Und das ist echt ätzend. Also, weil... Wie man sieht, die haben halt auch nicht wirklich... Jetzt, dass man sagt, die streifeln durch die Karte und sind mal da oder mal da. Nö. Sondern die bleiben halt stundenlang da in diesem Gebiet einfach. So. Halt. Löschen, bitte. Hallo, ist das Bett? Da. Ähm. Du bist nicht müde genug. Na gut. Dann warten wir halt. Ist ja auch nicht schlimm. So. Dann schlagen wir jetzt noch ein Stündchen. Ähm. Ja, die Frage ist nur... Speicherfolgerung. So. Sehr gut. Also, wenn ich da jetzt links lang gehe zu unserer Jägerhütte, dann auf jeden Fall köch der Katz, weil das sind immer Wölfe. Das heißt, ich muss einen anderen Weg da hin finden. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ja. Also, ich tue es noch bis in einer halben Stunde möchte ich jetzt endlich zurück zur Jägerhütte. Der Hinweg hier war gar kein Problem, war kein einziger verdammter Wolf da. Jetzt sind sie halt on must da. Ich knall die gleich einfach ab und fertig. Ich werde langsam, langsam wie sicher, reicht's. Das ist echt ätzend. Wenn du einfach da sitzt und kannst halt nichts machen. So. Ich weiß nicht, ob es da einen besseren Weg noch gibt. Vielleicht muss er da hinten lang. Das ist halt so geil. Die schleichen da stundenlang und die schleichen da halt permanent rum und das ist so ätzend einfach, weil es ist halt nervig. Das ist halt einfach nervig. Das ist wirklich mega nervig, dass die halt stunden, oder die, was heißt stundenlang, dass die halt permanent in diesem Gebiet da umher, äh, wuseln. Und ich halt natürlich sofort auch angreifen, ist klar. Alles andere wäre Quatsch. Vielleicht kann ich jetzt hier irgendwie außen rum gehen, den Wolf umrunden praktisch, oder umgehen, so heißt es richtig. Das wäre sehr schön. So, 17, minus 17 Grad. Sehr gut. Puh. Ich meine, die Wölfe abknallen ist halt auch keine Lösung, weil du hast ja nicht unendlich Schuss. Und selbst mit Pfeil und Bogen, den ich schon mal hatte, ist das total sinnlos, Wölfe damit anzugreifen. Also hat bei mir zumindest nie geklappt. So, jetzt muss ich kurz überlegen. Äh, die Hütte müsste da hinten irgendwo sein. so mit 50 Kilo. Da ist der nächste Wolf. Ich kriege hier ein zu viel, echt. Das ist mir in den, äh, Parkourlauf einfach. Ich hätte gern so einen, so einen Wolfsensor einfach. So, jetzt bin ich am Gucken. bin jetzt echt ein bisschen am Gucken, dass ich halt die Wölfe alle umrunde. Ich hab echt keine Bock, jetzt einen Wolf in die Quere zu laufen. Ich weiß nicht, ob das eine, ein besserer Weg ist. Da ist ein Reh zumindest schon mal. Das ist schon mal gut. Wenn nämlich Reh in der Nähe sind, heißt das sind keine Wölfe in der Nähe. Weil sonst würden die nämlich abhauen. Das ist Hasen? Ja, das ist ein Hasen, ne? Ja, das ist ein Hasen. Okay. Ja, das ist die Frage. Die Hütte müsste jetzt dann, äh, ich glaub links sein, oder? Hä? Ich weiß es grad nicht. Ich bin mir grad unschlüssig. So. Da ist ein Hase, sehr gut. Das Gute ist, dass ich keinen Hasen vor mir hertreiben, wenn der Wolf ist, dann der hat er... Oh Gott, schrei nicht so. Ich glaub, ich hab mich verlaufen. Die Hütte war, glaub ich, da hinten. Ich lauf grad in die falsche Richtung, glaub ich. ich bin mir aber nicht sicher. Lalalalalalala. Da ist ne Hütte. Interessant. Was man nicht alles so durch Zufall findet, wenn man sich verlaufen hat. Das ist schön. Neuer Ort entdeckt. Totes Holz. Aha. Holzbrikett. Aha. Machen wir doch mal ein Feuer. Ich hoffe, das funktioniert. Dann können wir wenigstens ein paar... uns ein bisschen aufwärmen, noch bevor wir weitergehen. Das Problem ist jetzt, ich bin... Ich versuch gerade so ein bisschen, das geografisch einzuordnen, wo wir gerade sind. Wenn ich den Weg weitergelaufen wäre, bei den Bahngleisen, hätte ich rechts die Wand lang gemusst, dann wäre ich bei der Hütte gewesen. Jetzt bin ich... Kerzen gerade rüber gelaufen, dann nach links. Oh, das hat funktioniert. Äh, Altholz. Nein. Buchstock. So. Fackel kaputt. Okay. Fackel rein. So. Äh. Ein Altholz-Tee und das können wir reinschmeißen. So. Wird es ein bisschen wärmer hier gerade. Können wir zufällig... Ich könnte einen Kräutertee machen. Geheilt und Erküllungsrisiko. Finde ich gut. So. So. Dann trieb wir mal einen heißen Kräutertee. Zack. Da wird es auch warm. Und wir kriegen ein bisschen Nahrung noch dazu. So. Wie schaut's aus? Na, langsam geht's nach oben. Finde ich gut. Verbessertes Ausruhen. Tasse Kräutertee. Temperatur steigt. Heißes Essen getränkt. Dadurch kannst du dich besser ausruhen. Dein Zustand verbessert sich pro ausgeruhte Stunde stärker. Das warme Essen geht direkt in den Innerstes und wärmt dich von dort aus. Auf. Schütz dich vor der Kälte, solange es aktiv ist. Okay. Na gut. Ähm. So, wir folgen das. Wasserkochen. Dauert eh 20 Minuten. Dann machen wir das mal eben. Dann haben wir das auch gekocht. Und wir haben alles effektiv genutzt. Und es ist warm. So. Alles. Aber jetzt mal ganz kurz überlegen. Wir sind nach rechts. Wir sind gerade aus Weiteren. Dann links quer fällt eins. Bin ich nach links abgedriftet. Das heißt, wir müssten eigentlich, wenn ich jetzt hier lang latsche, müsste ich zur Jägerhütte kommen. Meine ich zumindest. Ob das jetzt so funktioniert, kann ich nicht wirklich sagen. Aber es ist eine Versuch wert. So. Die Pilze nehme ich auf jeden Fall noch mit. wird er schleppen mich noch nicht genug mit uns rum. Hallo? Einfach einmal einsam, bitte. So. Zack. Okay. Wo muss ich jetzt nicht? Vielleicht muss ich jetzt hier lang. Als wenn ich jetzt gleich irgendwo rauskomme, dann wisst ihr Bescheid. Wenn ich jetzt gleich irgendwo im Arsch der Welt bin, dann weiß ich, okay, ich bin zwar irgendwo, aber ich habe keine Ahnung, wo die Jägerhütte ist. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ich mich verlaufe. Aber abgesehen von Hunger geht es uns eigentlich ganz gut momentan. Wo ist denn das da oben? Ach, da schauen. Da ist die Dingens. Ja, wir sind hier richtig. Wir müssen jetzt da einfach weiter langlaufen und dann kommen wir direkt zur Jägerhütte. Ist nur ein kleiner Marsch, aber da ist nämlich das Bahngleis da oben. Geil. Ha, mein Orientierungssinn hat mich zur Abwechslung mal nicht im Stich gelassen. Finde ich gut. Ich habe es tatsächlich geschafft, mich zu orientieren. Geil. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, ich laufe jetzt irgendwo hin und komme irgendwo an. Wieso ist der Baum hier eigentlich so weiß? Weil der tot ist oder wie? Kann man Bäume essen? Das wäre schön, dann hätte man keinen Hunger mehr. Was ist denn das? Was liegt denn da? Birkenrinde. Diese leichte, brennbare Rinde kann als Zunder benutzt werden. Kann ich die hier abschneiden zufällig? Nö. Schade. Okay, habe ich eine Birkenrinde gefunden. Finde ich gut. Habe ich, glaube ich, noch nie gekriegt. Und ich habe Wolf gehört, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher. Oh, hier ist auch eine Birkenrinde. So, ganz wichtig. Ich sammle alles ein, weil wir tragen noch nicht genug. Ich finde, na gut, 44 Kilo momentan. Das ist ja... Klar, schleppt jeder von uns einfach mal so hier durch den Wald dann durch. Bei der Kälte. Und vor allem auf Schnee auch noch. Macht ja keiner. Wobei ich mich ja echt frage. Du schleppst so viel mit rum, musst da so rumstapfen. Der muss doch unglaublich heiß sein. Also momentan ist die Temperatur ja relativ weit unten, weil sie friert. Aber die ist doch körperlich so aktiv gerade. Da musst du doch eigentlich schwitzen, oder nicht? Alles klar, ich kann nicht meine Füße. Das kann ich, bin ich mir nicht sicher. Ich würde, glaube ich, sterben. Aber einfach wegen Wärme. Weil ich würde kaputt gehen. Ich würde kaputt schwitzen. Auch wenn das kein richtiges Wort ist. Aber das ist so meine Einschätzung. Weiß ich nicht. Können wir mal in den Kommentaren auf YouTube schreiben? Oder hier in den Chat auf Twitch? Ob da jemand Erfahrungswerte hat? Ich auf jeden Fall nicht. Aber ich stelle mir das schon vor, dass wenn du halt, keine Ahnung, wenn du so, also ich kenne es vom Skifahren, kenne ich es halt. Weißt du, da kann es halt arschkalt oben sein. Wenn du dann aber die Bewegung hast und fährst und so ganz, und dich wirklich bewegst und sportlich dann aktiv bist, dann ist dir halt so schnell so warm, dass du halt einfach alles sofort ausziehen willst. Alle Klamotten einfach alles weg. Hauptsache, dass ein bisschen kühle Luft an dich rankommt. So kenne ich das zumindest von mir vom Skifahren. Wie es jetzt hier ist, wenn du halt wirklich bloß mit dem Rucksack umherläufst, das kann ich nicht sagen. Aber ich stelle mir das Prinzip halt ähnlich vor. Ja, wir sind doch gleich da. Was ist das hier eigentlich? Ach ja, ist unser Lagerfeuer. Dachte ich mir fast. Ich dachte, es ist irgendwas Neues, Cooles. Aber leider nichts. So, die Stecken sammeln wir alle noch rein. Den zerlege ich nicht. Nein, ganz so verrückt bin ich dann doch nicht. Ich lasse jetzt erstmal in Ruhe hier ausruhen, vor allem das ganze Zeug abladen. Ich hoffe, wir haben genügend Lagerräumlichkeiten in unserer tollen Hütte hier. Ich glaube, wir haben Hasen gefangen. zack. Stöcke sammle ich natürlich alle ein. Der Felpengarten, ich habe nicht nachgeguckt, ob das vor der Hütte Steine waren oder ob das ein Mensch war vor dem komischen Büro. Habe ich nicht nachgeschaut. So, und da dürfte ein Hase drin sein in unserer Falle. Ja, 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 ja. Oder ist das eine Leiche? Oder ist das ein Stein? Wenn das eine Hasengleiche ist, wieso liegt die dann so ewig weit von der Falle entfernt? Hm? Was bist du? Ja, du bist eine Hasengleiche. Ich glaube, ich kann das nutzen. Schlinge. Nehmen. So, kann ich die wieder aufbauen? Oh nein, jetzt habe ich den Hasen hier drin. Platzieren. Das ist voll fies, das Spiel. Jetzt kann man die Hasenkadaver einsammeln. Das ist voll fies. Ich habe ihn aber nicht per Hand getötet. Das habe ich gelassen. Ich weiß nämlich, das ist, das ist mega fies von den Entwicklern. Du kannst nämlich die Hasen, kannst du mit Steinen abwerfen. Dann sind die ganz kurz bewusstlos. Ähm, dann kannst du die greifen und kannst entscheiden, ob du den Hasen töten willst oder ob du ihn, so, das tun wir was da her. Ähm, dann kannst du entscheiden, ob du ihn töten willst oder ob du ihn laufen lässt. So, ich habe ihn nicht getötet mit der Hand. Ich habe ihn laufen lassen natürlich. Und das Fiese ist, jetzt kommt das Spiel hierher und sagt mir, ich kann hier, guck mal, das ist voll fies. Das ist, das ist total fies. Komm, setz dich da hin. Ja, komm, setz dich da hin. Das ist schön. Ja, bist ein braves Kaninchen. Das ist total strange, was ich gerade mache. Ähm, das arme Kaninchen. Das ist voll fies von den Entwicklern. Das kann ich nicht, das, sowas heiße ich nicht gut. Ähm, so, die alle mal weg hier. Zack, ich muss noch ein bisschen Sachen ablegen. Ich schleppe nämlich 20.000 Kilo mit mir rum. So. Äh, die Schuhe wollte ich übrigens gucken, fällt mir gerade ein. So. Die sind nämlich besser aus dem Hintergrund, weil die nämlich, ähm, noch nicht so abgenutzt sind. Okay. Dann schmeißen wir die mal hier rein. Klamotten. So, die schmeißen wir da rein. Okay. Ganz kurz, ich hab was vergessen. Ich kann doch bestimmt hier, ja. Wow, 0,4 Grad bringt die Kappe hier. Ich bin ja begeistert. So, haben wir das. Spind öffnen. Dann schauen wir ganz kurz, was haben wir hier noch? Klamottentechnisch. Ähm, die Schuhe packen wir weg. Die können wir dann nämlich zerlegen. Die können auch weg. Die sind nämlich schlechter. Wir müssen dann die Klamotten hier nämlich reparieren, auf jeden Fall. Ähm, hier, Erste-Hilfe-Set, Antiseptikum, zack, das packen wir da rein. Was ist das hier? Birkenrinde. Okay, wo packe ich denn das ganze Zeug hin? Ich hab wirklich gar keinen Platz, ehrlich gesagt. So, das kommt da hin. Die stecken auch. Na toll. Da haben wir keinen Platz mehr. Geht das noch rein? Nein. Ich hab zu wenig Stauraum in dieser Hütte. So. Kann ich hier das Werkzeug alles reinpacken? Naja, das macht eigentlich keinen Sinn. Ehrlich gesagt. Äh, das Lampenöl können wir reintun, auf jeden Fall. Äh, zack, Lampenöl. Die Lampe hier, die 62% tun wir da hin. Den Betzstein brauchen wir auch nicht, will man. Dann will ich ihn auch noch mal nennen. Hier, das hat man noch, genau. so. Das Zeug hier. Ich will bloß ein bisschen umlagern gerade. Wenn wir eh schon nicht dabei sind. Äh, so, Näs, das kommt da rüber. Die Schnur kommt da hin. Lampenöl. So, Putzett kommt auch da hin. So, das Zeug nehmen wir mal alles mit. Das passt. Dann hier, die Klamotten, da haben wir nichts mehr. Hier können wir den Verband und alles reintun. Zack, Verband. Zwei Verbände nehmen wir mit, das passt. So, hier oben. 15 Kilo packen wir da rein, sehr gut. Dann nehmen wir das ganze Feuerholz hier, zack, zack. Packen wir das da rein, die Streichhölzer können wir da reinpacken. Elf Streichhölzer. So, zack. Zack. Birkenrinde schmeißen wir auch da rein, das schmeißen wir da rein, die Bücher schmeißen wir da rein, äh, die Lupe hier tun wir rein und die ganzen Stecken. So. Dann haben wir hier noch Holz, was haben wir hier? 3,5 Kilo, das nehmen wir alles mal. Ich weiß nicht, ob ich hier eine von diesem Gehirn verbrechen kann. Zack, so. Ich hoffe, das geht jetzt alles, wie ich mir... Passt das? Das müsste eigentlich passen, ne? Ah ja. Na, es passt doch gar rein. Ich bin begeistert. So. Dann haben wir jetzt mal ein bisschen umgelagert. Hier haben wir das ganze Essen drin. Dann nehmen wir mal die Kondensmilch hier und das Zählschweinefleisch. So. Das schmeißen wir mal eben weg. So. Du, mein Kumpel, ich lege mal ganz kurz mal ins Feuer. Das tut dir bestimmt gut. Du wirst dir bestimmt gleich wiederbelebt. Oh, das ist voll fies. So. Ich nehme mal vier Stück. Und zwei Stückchen. So. Also, machen wir mal Feuer. Zunder. Hm. Mies, so habe ich kein Zunder. Sekunde, wir haben doch... Ablegen. Aktionen. So, zerlegen. So. Machen wir daraus mal Zunder. Zack. So. Und anzünden. Äh, 55% Chance, 75% Chance, 35, 35, 55, okay. So. Machen wir mal Feuer. Ich hoffe, es geht. Dann wird der Hase mich auch wieder ein bisschen aufgetaut. Und dann haben wir ein bisschen Fleisch, nämlich, dann können wir jetzt ein bisschen was essen. Dann kriegen wir Hasenfeld raus. Und dann hoffe ich mal, dass wir, wenn wir genügend Hasen jetzt töten, dass wir genügend Gedärme und alles dann kriegen. Ich hoffe, das ist noch in Ordnung, der Kadaver dann. Das Coole eigentlich ist, dass dadurch, dass du die Hasen, ne, dass du die halt mitnehmen, ja, weil du so blöd bist, Feuer zu machen. Ähm, das Coole ist, dadurch, dass du die Hasen jetzt nämlich hier einfangen kannst, permanent, und also mitnehmen kannst, musst du die nicht nach außen zerlegen. Das heißt, du kannst sie einfach mitnehmen, dann machst du die einfach innen drin kaputt. Also zerlegst die einfach, nimmst die Eingeweide raus, was auch immer. Ist eigentlich ein ganz cooles Feature, weil du musst die nicht unbedingt draußen zerlegen. Jetzt so ein Reh zum Beispiel mitnehmen, ist halt schon schwieriger, weil das wiegt halt ein paar Kilo mehr. So ein Hase, nimmst du halt einfach hoch. Wobei ich den nicht mit der Hand töten wollen würde. Da hätte ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. So, Altholz. zackt. So, ausnehmen in freier Wildbahn. Band 1. Erst könnte ich heizen, will ich aber nicht. Zähes, Schweinefleisch mit Bohnen. Gibt's erst mal das. Lecker Schmecker.